Hallihallöchen und hier ist wieder euer Excite-Bottchen und wir spielen Monster Hunter World und wir wollen uns heute auf die Fährte des Zora Magdoros begeben, irgendwo da unten im Tal und ich hoffe ihr habt Spaß dabei, wenn es gefällt, gerne das Däumchen nach oben und dann lasse ich euch jetzt wieder unkommentiert das Ganze beschauen. Hahaha Amen 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 Irgendwo hier unten müssen Spuren vom Zora Magdoros sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das Tal der Verwesung ist. Langsam und vorsichtig. Ich glaube, ich weiß, was das Tal der Verwesung ist. Ich weiß, was das Tal der Verwesung ist. Ich weiß, was das Tal der Verwesung ist. Das Tal der Verwesung ist. Ich weiß, was das Tal der Verwesung ist. Das Tal der Verwesung ist. Ich weiß, was das Tal der Verwesung ist. Ich weiß, was das Tal der Verwesung ist. 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 Vielen Dank. 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 Schau mal, da! Ich weiß, dass wir am Talboden sind. Aber was ist mit dem Sura Magdaro's geschehen? Er kann sonst nirgendwo hin? Wir sollten uns trennen. Und umsehen. Oh, man. Was ist mit dem Sura Magdaro's? Was ist mit dem Sura Magdaro's? Nichts? Anhalten! 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 Und... 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 Und...